Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play, heute Dark Souls, die Prepare to Die Edition. Habe ich einmal schon mal gestartet, um zu gucken, ob es geht. Und es geht, erstaunlicherweise, aber es sieht furchtbar aus. Wer jetzt Dark Souls noch nicht gespielt hat, der Autor hat das ursprünglich eigentlich für die Playstation und für die Xbox gemacht. Hat dann aber irgendwann gesagt, die Community wollte das, bringen wir auch auf den PC. Hat aber groß dran geschrieben, hat keine Ahnung von PC-Entwicklung, macht es aber trotzdem. Und das Spiel, wenn man es in der Rohfassung, so wie es zum Beispiel von Steam kommt, spielt, es sieht grauenvoll aus und steuert sich wie bescheuert. Es gab aber zum Glück einen netten Menschen in der Community, der hat da so einen kleinen Fix für gemacht, den heißt auch DS Fix, Dark Souls Fix. Und hat da einfach mal gesagt, hey, pass mal auf, ich mache das mal richtig. Und wenn man diesen Fix benutzt, dann kann man das sogar in der aktuellen Auflösung spielen, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Und da hat sich ein anderer Mensch gedacht, hey, da kann ich doch basierend auf deinem DS Fix auch mal so einen Fix machen für die Steuerung, die eigentlich furchtbar ist in dem Spiel. Und da hat DSM Fix gemacht. Und mit den beiden Fixes kann man das Spiel tatsächlich auf dem PC spielen. Und da sage ich direkt am Anfang und in aller Deutlichkeit, weil ganz ehrlich, wer das Spiel ohne die Dinger spielt, der ist wirklich, also macht es nicht, macht es nicht. So, wir fangen natürlich mit dem neuen Spiel an. Wer Dark Souls nicht kennt, ist es ein Rollenspiel, das angeblich härteste Rollenspiel, das es gibt. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt, aber wurde mir so gesagt. Ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht, dass einer spielen kann und ich habe mich für den Klieriker entschieden. Ich wollte ja eigentlich wieder so ein Paladin spielen, ich spiele ja gerne Paladiner, aber den gibt es hier nicht. Aber aus dem Klieriker kann man einen machen. Ja, Gabe, da musste ich auch immer nachdenken. Was zur Hölle ist eine Gabe? Menschliche Resten, das ist immer eine Gabe. Kennen wir ja noch vom Saufgelage. Nein, eine Gabe ist tatsächlich ein einmaliger Gegenstand, den man am Anfang dabei hat. Und der schon einen kleinen Unterschied macht. Göttlicher Segen zum Beispiel kann man einmal benutzen, ist man komplett geheilt, hat keine Niedelinfekte mehr, gar nicht klug, nicht verkehrt. Fernglas, ja, ob man sowas will, man weiß es nicht. Also im Prinzip ist das Spiel natürlich auch so ein bisschen aufgeworfen und sagt, es gibt natürlich offensichtliche beste Auswahlmöglichkeiten, aber man muss nicht. Es geht ja hier um den Schwierigkeitsgrad dabei und den Schwierigkeitsgrad kann man sich ja auch mal selber machen. Ich nehme jetzt aber trotzdem, weil ich jetzt zum ersten Mal spiele und wahrscheinlich ganz furchtbar schlecht sein werde, den Generalschlüssel, der wurde halt in der Wiki empfohlen. Der ermöglicht es mir, alle Schlösser, also nicht alle, aber viele Schlösser zu öffnen, die ich sonst gar nicht aufmachen könnte. Den gibt es auch später noch irgendwie im Spiel, aber... Ja... Ich bin faul. Ach so ein dicker Typ hier. Ein dicker Kleriker kommt angetrumpft. Naja, nehmen wir mal normal, ich bin heute unkreativ. Da kann man ja auch hier... Der lächelt ja nett. Haben sie für jeden was dabei. Auch hier kommt so unkreativ. Frisürchen noch drauf, aber man die nicht gar rumrennen muss. Richtig, ja, Pallik muss ja eh einen Helm tragen, ist die Frisur schon wieder egal. Guck mal hier, was machen wir da? Hey, guck mal, da steht sehr gepflegte, längere Haare. Ach so, gut. Ich kann auch aussehen, Iris... Ach so, die Augen... Nee, Haarfarbe. Wo standen da Iris drin? Iris. Naja, gut. Das nehmen wir da dunkelblau, sei wohl üblich. Sagt man. Guck mal, hier nehmen wir so ein Silber. Oh, da nehmen wir so jemanden. Alter, oh, da... Muss nie mal da... Ah, hier kommt so ein Dunkelbraun, sieht hässlich aus. Hellbraun, Dunkelrot, Dunkelrot, nehmen wir mal. Das ist gut. So. Hier unten sind noch Stats. Die kann ich... Ich muss überlegen, ob ich gleich die Musik ein bisschen leiser habe. Die Stats kann ich jetzt erstmal nicht verändern. Die kann ich jetzt beim Stufenaufstieg verändern. Die sind sehr kompliziert. Die machen das jetzt nicht so, weil die haben so einen Knopf und ich kann dann irgendwas benutzen. Nee, ist schon ein bisschen schwieriger. Da muss ich dann auch nochmal im Detail nachlesen, wie das alles geht. Das kann ich jetzt schon annehmen, ich habe wieder irgendwas vergessen, oder? Ah ja, Namen. Boah. Was sagst du? Wie nennen wir ihn? Guck mal, ich nenne die immer so. Hat sich bewährt. Was soll ich sagen? Auf geht's. Auf geht's. Jawohl. Warum habe ich den gemacht? So, ich will jetzt das Intro ein bisschen skippen. Wenn ihr das gucken wollt. Es ist auf YouTube und es ist unglaublich lang. Ich kann es gar nicht skippen. Wir gucken das Intro. Das wirkt einladend. Aber dann gab es Feuer. Und mit Feuer kam die Disparität. Wärm und Wärm und Wärm und Wärm und Wärm und natürlich, Wärm und Wärm. Nito. The first of the dead. The witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the lord of sunlight and his faithful nights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of the lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty gods pulled apart western skins. The witches weaved great firestorms. Me too unleashed a miasma of death and disease. And Seath, the Scalus, betrayed his own. And the dragons were no more. Thus began the age of fire. But soon the flames will fade. And only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless lights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark side brands, the undead. And in this land. The undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Give me power. the door is closed, the door is closed. And there are no more. Mal gespannt. So, wir können steuern. Endlich. Das Intro ist doch etwas länger, als ich dachte. Steuerung ist auch tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also ich kann jetzt hier mit der Maus spielen. Das sieht jetzt einfacher aus, als es ist, weil die Geschwindigkeit schon so ein bisschen, naja, schwierig ist. Und hier drücken Sie die A-Taste. Aber es ist in Wirklichkeit die Q-Taste. Und so weiter und so weiter. Unten links in der Ecke sind die aktuellen Sachen, die wir ausgerüstet haben. Und zwar dieses ganz linke und ganz rechte, wo das Schwert ist. Das sind die Waffen und Nebenhand, die wir da ausgerüstet haben. Und da drüber ist der aktuelle Zauberspruch. Da wo jetzt Heilung steht. Und da drunter ist der Gegenstand, den wir aktuell ausgerüstet haben. Da haben wir noch keinen. Aber wenn wir einen hätten, wäre er da. So, jetzt kann man hier irgendwie, genau die Taste war das, kann man auch ins Möbel gehen. So, wir haben noch ein bisschen was dabei. Das wollen wir uns aber noch nicht verschwenden. Es ist nämlich tatsächlich so, dass man hier die Sachen halt auch verbrauchen kann. So, die weg. Gehe ich mir auch nicht wieder. Es ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwie hingeht und sagt, ja, das Ding ist weggegangen. Hast du mal neu? Nein, ist weg. Geht auch mit NPCs so. Wenn da jetzt irgendwo ein Händler steht und ich bringe so ganz versehentlich, bringe ich den so um, dann ist der weg. Der kommt dann auch nicht wieder oder so. Da kann man, man kann auch nicht laden oder so. Aber es gibt hier nämlich keine Taste zum Speichern und nur zum Laden. Man muss also auch so ein bisschen vorsichtig sein, was man macht. Und zugegeben, ich habe auch so ein bisschen Angst. Ah ja, zuschlagen kann man auch. Fester Schlag. Glocken kann ich auch nicht. Dann kann ich alles haben. Rechter Stick Kamera. Ich habe keinen rechten Stick, aber ich kann trotzdem die Kamera lenken. Ich bin halt so ein Profi. Ist das da schon ein Toter? Hier ist er sich. Also mit Tab kann man die auswählen. Dann kann man ein bisschen rumtanzen, wenn man will. Und dann... Bäm. 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 So. Ja, ich bin gut. Ich kann gegen die Wand tauchen. Auch zweimal hintereinander. Ich bin getroffen. Dann sind wir 20 XP bekommen. Die werden wir später noch brauchen. Der will doch bestimmt nur spielen. Oh, sowas wäre gar nicht da. Die würden mich ja niemals irgendwie total schweren, dicken, bösen Monster auf den Rücken hetzen, oder? Ach, stimmt, oder? Der geht ja gerade noch. Der macht jetzt aber auch keinen Schaden. Vielleicht soll der gar keinen Schaden machen. Ja, diese Tipps sind halt so... Das ist hier übrigens die Space-Taste. Dann sprintet der so rum. Da habe ich auch lange raussuchen müssen, bis ich die Tasten alle gewonnen habe. Die Tab-Taste habe ich auch umbelegt. Das kann man in diesem Fixprogramm halt so auch das umlegen. Das ist ja praktisch. Ach, das ist jetzt so schwer, wie ich mir das vorgestellt habe. Entspricht ungefähr dem durchschnittlichen langweilen Tutorial, die man ja aus anderen Spielen kennt, wo man dann immer einschläft. Allein dann kann er auch. Ein Wahnsinn. So. Was war hier noch? Um Leuchtfeuer, was denn... Ach ja, das waren, glaube ich, diese Dinger, wo man auch irgendwie dann so zwischenspeichert oder sowas. Also quasi Leuchtfeuer, gar nicht. Das Bronnpunkt. So, jetzt muss ich hier wieder pfexeln. Jetzt geht das nicht wieder los. Den haben wir schon benutzt. Anderen haben wir nicht. Dann können wir ja so richtig viel machen. Man heilt, glaube ich, auch, wenn ich es richtig gelesen habe, voll an den Dingern. Aber das waren wir hier eh schon. Aber für den Fall, dass diese total gefährlichen Viecher uns eben gehauen hätten, hätten wir jetzt heilen können. So. Dieser Mordswaffe kann uns ja eigentlich auch nichts passieren. Was ist das denn? Kann man das mal nachgucken? Da gibt es doch Ausrüstung. Was ist das? Äh, kann ich das jetzt irgendwie... Ah ja, genau. 20 Schaden macht der und hat mysteriöse Werte rechts. Na ja, gut. Ist ja schön, dass er da ist. Also, er muss hier erst im Menü nachher ausgehen. Lässt sich nicht öffnen. Warum? Ach so, hier war ja auch noch ein Türchen öffnet. Vielleicht geht das ja auf. Bei sowas denke ich immer gleich automatisch außenrum. So nach dem Motto, die gehen ja eh erst später auf. Was haben wir hier? Da kann mir doch bestimmt nichts mit so einem großen Geul nehmen. Ich blatt. Keine Chance. Du kriegst mich niemals leben. Oh, den will er vielleicht doch gar nicht. Aua. Jo. Ist ja geschickt ausgewichen. Aber bis jetzt, bis jetzt hältst du das alles an den Grenzen. Darf ich. Ich bin voll hinterher gelaufen und Tooltipp nicht sagen, was ich zu tun habe. Ha. Eben mal in den Hintern. Genau, da sind es empfindlich, die großen Dämmungen. Da kenne ich aus. Nee, der geht ja richtig runter hier. Ist ja schon fast tot. Nein, 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 nein. Trieb ich die Geule. So, habt ihr das gesehen, wie ich da ausgewiegen werde? Keine Chance. Ich glaube, wir brauchen irgendwie noch eine größere Waffe für den Verein. Denn der nimmt ja jetzt irgendwie nicht wirklich Schaden. Nee, der drehe ich nicht. Träst du dich nicht? Irgendwie. Aha, gut. Ja, ähm. Fast bauen gewesen, sag ich jetzt mal. Vielleicht gehen wir da doch eher außenrum. Ist der jetzt hier? Ist nicht, ich wusste das. Ach, das sind diese, genau. Das habe ich auch gesehen auf einem Foto. Da kann man seine XP wiederbekommen. Die sind nämlich weg. Der Spieler. Äh, ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Lass dich. Rennen, 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 rennen. Jawohl. Wow. Wurde ich gerade auslachen. Haha. Ja gut, vielleicht war das jetzt einfach nur so ein kleiner, dezenter Hinweis vom Spiel, dass man nicht jeden Gegner einfach mal umhauen kann. Gucken wir jetzt auch schon gleich wieder an Leuchtfeuer. Und dann geht's auch schon weiter. Ich weiß übrigens, manchmal, ich kenne diesen Spruch, so, wenn, 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 wenn einer so gerade so, äh, Umzugskartons im Haus trägt und der eine sagt, sag mal, zieh dir um. Dann sagst du, nein, wir tragen nur gerne ab und zu mal Umzugskartons durch die Gegend. Hier ist dein Schild. Vielleicht ist das irgendwie sowas. Das ist ein Schild. Der, 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 der schießt doch mit Fallen, ob nicht. Tja. Der Wechsel. Ja, aber hier ist kein Schild. Aber wenn hier ein Schild ist, dann sehe ich das nicht. Gar nicht mehr, aber so, was ganz so einfaches Skelett schon, äh, der ein Schild. Oh, der hat ein Schild. Ja, das ist schon, aber wir machen mal kurz Entdeckung. Sieht hübsch aus, der Fall, gesund aus. So, müsste das Ding jetzt hier nicht irgendwie, hab ich das jetzt mitgenommen, hab ich das nicht mitgenommen? Da ist es doch. Ost-West-Schild. Gibt's auch das Süd-Ost-West-Schild, oder? Ausrüstung. Ach so, so, so geht das. Haben wir's geschafft, das war einfach. So einen Kopf haben wir nicht, der ist ja und Schulter, muss ja reich. Ich hab ein schönes Schild. Zack. Oh, das könnte gegen den blöden Boden reden. So, komm hier, Skelett. Ich mach's Platz. Zack. Oh, ich hab ihn auch einfach ausweichen können. E-e-e-e-e-e-e-e-e. Bleibst du stehen? Bleibst du stehen? Geht ja down wie Butter, der Mann. Ich glaube, das ist hier vom Tutorial nicht gewollt, dass ich den an dieser Stelle umbringe. Na gut, dann blümmern wir halt mal eine Leiche. Oh, Streitkolben, mächtige Waffe. Äh, Ausrüstung, Schwert, Streitkolben. Man kann übrigens auch zwei Waffen benutzen. Aber ich habe ja gesagt, ich soll ein Schild benutzen. Eben haben sie auch gesagt, ich soll weglaufen. Ich bin nicht weglaufen, ich bin gestorben. Also benutze ich jetzt mal das Schild. So, hier war nichts mehr. Boah, komm hier. Muss er hin. Da. Papp. Ach guck mal, jetzt kann ich noch gleich viel mehr schaden. Ich habe auch gleich 10 oder sowas gemacht. Und jetzt 50, habe ich eben richtig gesehen. Ich will schreiten. Gebietswechsel in schön. Das haben wir noch neben. Ach, der Dämon ist jetzt auf... Ach nee, das war das hier bei diesem Savepoint. Ah ja. Wahrscheinlich gibt es ja auch Fallschaden in dem Spiel. Das ist mit der ältere Haar. Wo kommt er irgendwie hin? Geht doch nicht. So, da. Hintenlang. Ach guck mal, jetzt können wir das auch aufmachen. Es ist schwer. Auf der anderen Seite geht das auf. Ja, ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir das mal aufhaben. AP sind wieder voll. Jetzt geht es den Monstern hier an den Kragen. Die machen wir platt. Das ist schon so viele Untote umgehauen. Was ist das, wenn wir jetzt den einen Dämon jetzt weglässt? Was kann uns da schon schlimmstenfalls passieren? Ja. Sie könnten... ...wiesige Kugeln die Treppe runterschmeißen und mich damit umbringen. Oh, jetzt ist die Tür jetzt auf. Komm da hin. Oh, du. Du bist kein Hollow. Einer was? Danke. Ich bin fertig, ich bin froh. Ich werde bald sterben. Dann verliere ich meine Sanität. Ich möchte etwas über dich fragen. Du und ich sind beide unterm Tod. Hör mich auf. Ich muss... Ich habe mich für was entschieden? Wie? Na gut, ich höre dir zu. Ich habe in meiner Mission verloren. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. When thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimages to the land of ancient lords, when thou ringest the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt known. Well, now you know. And I can dine with hope in my heart. Oh, one more thing. Here. Take this. Eine Estusflaske. Eine unvermütige Favorit. Ja, eine andere Sache hat Steve Jobs auch immer gesagt. Wer ist jetzt noch? Jetzt muss ich auf Wiedersehen. Ich dachte jetzt, kommt noch was. Gebt ihr mir jetzt noch ein paar Familien andenken. Jo, ich danke auch für... Was habe ich jetzt von ihm gekriegt? Gegenstände, Estusflokon. Halt, TP. Das ist schon schlecht. Können wir gut gebrauchen. Hier soll ja schon mal auf irgendwen eingeschlagen worden sein. Habt ihr gehört? Das kann man jetzt mit E genau benutzen. Aber das macht jetzt nicht, weil das hat, wie man diese kleine 5 sieht, 5 Ladungen. Und dann ist das erstmal anders. Aber man kann das, glaube ich, in diesen Leuchtfeuern auffüllen. Die Leute müssen da umbringen. Ah! Ah! Und da haut er wieder gegen die Wand. Irgendwann breche ich hier mal durch so eine Wand durch. Ja, genau wie hier. Also jetzt vielleicht soll ich auch wieder die Tab-Taste benutzen als Anvisieren. Zack! Kann ich auch. Ich mach jetzt alles, was die mir sagen. Tritt und Sprung an... Nee, hier ist das Ding. Tritt und Sprung an... Angriff. Äh, steh, schnell. Was noch irgendwie mal... Wo musste man da drücken? Wäre das nicht, wenn man einen Ball in der Hand hat? Vielleicht geht das so? Nee. Ja, da wäre ich aufgepasst und schon geht's hier. Haue. Tja, fällt da oben wieder Fliege. Das ist jetzt was? Tritt und Sprungangriff. Mal gucken hier. Linker Stick. Was ist denn? Linker Stick und rechte Maus da der Tritt. Ja, also ich glaube, wie es blau ist, war irgendwie... War das Space? Nee. Ja, gut, irgendwie wird das schon gehen. Ha, 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 ha. Äh, verdammt. So einen Tritt habe ich noch nicht ganz raus, aber... Werden wir schon hinkriegen. Ich bin halb tot hier, sonst kann man das demonstrieren. Gut. Da gehen die AP nach oben. Noch einer da. Komm her. Der wärt sich. Zerfell da oben. Ha, die Null. 340p haben wir schon. Das ist so ein Stückchen hier. Und... Äh. Ich sehe, was verpasst. Haben wir hier einen Schlüssel übersehen? Oh, die leuchten eigentlich. Und da kommt ja immer diese Meldung. Parieren. Kontern. Oh, ja, schauen, ob das geht. Ja... Da war uns wieder dieses große Tor. Irgendwas gefällt mir da nicht. Ich könnte schwören, das hätten wir heute schon mal gehabt. Na? Alles fit bei dir. Ich jetzt einfach hier oben bleibe. Stürbt er völlig... Vielleicht doch nicht. Ich dachte, vielleicht drückt er so nett an Altersschwäche... Oh, oh, oh. Jetzt hat er. Ich lebe noch. Du kannst mir gar nichts. Darauf trinken wir erst mal einen. Oh, er kann mal zum Beispiel Sprung nach vorne machen. Finde ich jetzt aber gar nicht lustig. Ich habe jetzt mal Schaden an ihm. Ei, 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 ei. Ja, der hat was gegen mich. Der, 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 der kann mir nicht leiden. Das merke ich direkt hier. Der reagiert so ein bisschen nervös, wenn er mich sieht. Oh, was? Einen Schluck haben wir noch. Dann sollte das dann kein Problem sein. Jetzt machst du ja mal irgendwie ein bisschen was gegen die Einrichtung, Junge. Die ist von Ikea. Die war teuer. Oh Gott. Ach, der Klüger gibt nach. Ähm. Uh. Einen Schluck hätte ich noch. Hehe. Jo. Diesmal war es nochmal die richtige... Und wir sind menschlicher geworden. Das ist ja auch gut. Menschlichkeit war irgendwas... Da können wir... Ach ja, wir können diese... Diese Freudenfeuer mit anzünden. Ja, jetzt ist ich gehofft, hier ist irgendwas drin. Wir haben Belohnung. Mächtige Items. Was kriegen wir? Nischt. Ja. Kämpfen hier in unser Leben kriegen nix. Oh, mein Freund. Ach so, jetzt sind wir da am Start. Das ist irgendwie... Hier werden die Räume schon so ein bisschen recycelt, ne? Ja. Ja. Egal, wir haben einen riesigen Dämonen besiegt. Jawohl, ja. Und der konnte uns gar nichts. So, links haben wir ja schon drin. Ja, so wird hier schwer. Weil der gerade raus heißt auch immer, dass rechts und links secrets sind. Na, ich bin natürlich sicher, hier kann man sich auch zu Dode stürzen in dem Spiel. Also, alles andere würde mich jetzt stark wundern. Und wenn es hier jetzt keinen Fallschaden gibt. Wahrscheinlich, wenn man irgendwie so einen halben Millimeter fällt, dann sind schon gleich beide Beine gebrochen. Was ist das denn? Das ist ein Eier in einem Nest. Das ist ein Secret. Bist du ein Secret? Ja, bist du ein Secret? Geht's noch weiter? Runterspringen wäre jetzt eine ganz schlechte Idee. Ja, ich dachte, wenn wir jetzt anderen Leuten an die Eier gehen. Aber nö, gibt's ja hier nichts. Vielleicht gibt's ja doch kein Secret. Vielleicht hab ich mich da geirrt. Und hier geht's noch weiter. Ach, guck mal. Seele verlorener Untote. So, Seele ist immer gut, dabei zu haben. Erhalte Seelen. Ach, da krieg ich EP 200. Na, siehst du mal. Hat sich nachgucken doch wieder gelohnt. So, wo kommen wir jetzt hin? Mein Secret. Ich spür das ja immer schon, wenn wir so Secret sind. Ich wollte sagen, jetzt zu Ende. Aber komm schon, ja, ganz. Oh, wie hat er uns jetzt nicht aufgefressen? Hat jemand noch so? Hat er Ringe im Kopf? Oder bin ich da gerade der Einzige? Jetzt wissen wir auch, wem die Eier gehört haben. Oh, sieht ja einladend aus. Könnten Sie mich da unten links absetzen? Das wäre sehr nett. Ah, mach das. Das ist doch... Oh, ist doch mal gelandet. Er hätte mal so ein bisschen Anti-Walden-Creme benutzen können in seiner Jugend, der Mann. Steige auf und entfache das Leuchtfeuer. Ich bin gern. Achso, da muss man erst wieder was machen. Ach, warten. Aufsteigen. Achso, das funktioniert jetzt so. Ich habe jetzt hier diese 2540 Seelen. Und ich kann hier irgendwas erhöhen. Kriege ich dann dafür... Hey, das kommen hier so viele Punkte, wie bei nötige Seelen steht. Das ist ein recht dynamisches System. Ich kann also machen, was ich will. Wenn ich sage, so hier, das... Ne, das will ich hier. Ach nee, doch lieber das. Ne, doch nicht eben das. Kann man machen, wie man will. Das ist ja praktisch. Wenn ich jetzt noch den Ansatz einer Ahnung hätte, wofür diese Sachen gut sind. Ich habe nur irgendwas gelesen, das Stärke bestimmt, was man benutzen kann. Ne, Zauberei. War sehr kreativ, ja. Das machen wir auf zwei. Dann kriegen wir nämlich zwei Zaubereislots. Das wird bestimmt für irgendwas gut sein. Kondition war irgendwie, wie viel man tragen kann. Ist auch immer nicht schlecht. Ich bin ja auch so ein Bräuterhamster, ne. Und Stärke... Ja, Stärke ist immer gut. Mehr Waffen, mehr Rüstung, mehr draufhauen. Da kannst du... So, hier können wir nicht. Hier ist da mal irgendwas. Ne. Beweglichkeit. Ja gut, jeder kennt noch vieles gilt jetzt, aber... Gar nicht alles. Jawohl, so hätte ich das gern. Schon haben wir wieder keine Punkte mehr. Aber sind natürlich erheblich mächtiger. Entfachen. Ach ja, genau. Das sind auch so tausend Dinge, die musst du eigentlich in der Wiki nachlesen, ne. Man kann jetzt ein Freudenfeuer entfachen. Das kostet dann, glaube ich, Menschlichkeit. Und dann wird er stärker, größer, besser, schöner. Und man kann halt diese Flakons... Kann man dann aufrüsten. Die sind jetzt schon mal auf 10. Weil das jetzt ein großes Leuchtfeuer oder irgendwie sowas ist. Und das geht dann immer noch weiter. Seele. Ne, Menschlichkeit. Menschlichkeit. Wer braucht denn sowas? So. Ein netter älterer Herr, dem hören wir jetzt nochmal zu. Ja, ich hab schon Dämonen erschlagen, von denen du nur um deinen Albträumen träumst. Ich bin nicht der Erste. So, nein, 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 nein. Aber es gibt keine Zerbetung hier. Du hast es besser gemacht, dass du in der unverteilen Asylum in der unverteilen Asylum verbringst. Ich hab Schlamm. Ich hab Schlamm stattgeleert. Schlimm. Schlimm. Ich hab so ein ganz ungutes Gefühl, dass die Glocke in der untoten Kathedrale schon weg ist. Wir müssen dann bestimmt in die untiefsten Untiefen der Untiefigkeit. 5 Millionen tödlichen Dämonen vorbei und ich weiß nicht, was alles... Ja, aber da 30 Minuten um sind, sehen sie alles in der nächsten Folge. Werde ich grausam in irgendwelchen Dämonen sterben, die ich nicht besiegen kann? Wahrscheinlich. Viel Spaß noch und alles dann in der nächsten Folge, wenn ich in Dark Souls sterbe.